13 Stunden Arbeitstag, das neue Call of Duty kommt aber und neues Call of Duty bedeutet, wir Creator machen auch gerne mal ein paar Überstunden, einfach nur, weil zum einen es lohnt sich, es kommen super viele immer so neue Sachen kurz vorm COD, worüber man sprechen kann und es gibt aber auch dann im ganzen Jahr halt auch mal Wochen, wo man dann eben weniger Videos hochlädt und ich persönlich bin so ein Fan, ich mache gerne viele Videos, wenn viele interessante Sachen sind und ich mache halt wenig oder keine, wenn einfach gar nichts Interessantes ist und mir vielleicht auch gerade mal nichts einfällt, weil es ist dann besser einfach mal 4 Tage nichts hochzuladen, als alle 2 Tage Scheiße hochzuladen und hier irgendwas zu sabbeln, damit irgendwie 8 Minuten Werbung entstehen, damit ihr irgendwie Werbung klickt, damit ich irgendwie 20 Euro verdiene, aber jetzt ist etwas sehr sehr Interessantes, was ich euch unbedingt unbedingt zeigen wollte und zwar hat Treyarch ein neues Audiosystem und dieses neue Audiosystem haben wir in der Beta noch nicht gehabt, dieses Audiosystem haben wir jetzt allerdings im Full Release nächste Woche und dieses neue Audiosystem haben sie uns in einer Art Blogpost hier vorgestellt und das ist für körperlich Eingeschränkte ganz geil, also für viele Leute, die Hörprobleme haben, die vielleicht eine komische Form der Ohren haben, ich musste, als ich es das erste Mal gelesen habe, kurz lachen, weil ich habe eine dumme Vorstellung gehabt, aber es ist tatsächlich so, auch für Leute, die vielleicht einen Tinnitus haben und aber auch für normalen Anführungsstrichen, weil sie dieses Soundsystem, was wir jetzt hier vorgestellt bekommen, so noch nie gehabt haben und ich werde es euch vorstellen, wir haben auch so Beispielvideos, die ich euch hier durchgebe und ihr könnt mir sagen, ob ihr sowas cool findet, ob ihr das überflüssig findet, eure ehrliche Meinung, denn 10 Tage, 9 Tage Release Black Ops 6 und wir kommen näher, man merkt die Einschläge, mehr Infos, mehr Blogposts, der Hype von Creators und so steigt ein bisschen, auch in den Kommentaren sehe ich, dass viele Leute generell ein bisschen offener gegenüber Black Ops 6 sind als den letzten MW-Teilen, ich ja auch, bin ja ein Treyarch-Fanboy und das ist halt sehr, sehr geil und sie schreiben hier so ein bisschen und haben gesagt, wir haben das gesamte Audio-Design neu designt mit unserem Team, das Ziel für das Audio-Team von Black Ops 6 war, ist das adaptive Battlefield, also ein Directional Soundscape, übersetzt sowas wie King Audio-Quellen, sehr genau, mit Hall und solchen Sachen, was wir halt zum Teil vorher noch nicht hatten und das Ganze ist in Zusammenarbeit mit Microsoft Project Acoustic System, das ist ein sehr fortgeschrittenes Acoustic System, was eben von Microsoft ursprünglich hergestellt wurde und damit ihr es am besten hört, würde ich euch empfehlen, dass ihr Headset einmal aufsetzt, da reicht auch ein Billig-Headset, der Unterschied zwischen das auf dem Fernseher gucken, auf dem Handy gucken, ein Headset gucken, ist schon wirklich gewaltig und das erste hier ist dann zum Beispiel mit den Voice-Lines und ich lasse es einfach mal 30 Sekunden kurz durchspielen und ihr könnt mal genau hören. Man hört es, finde ich, mit Headset sehr, sehr krass, wie die Stimme von dem Ansager mit dem Hall durch die Wände rechts und links halt und dann weg geht. Das ist nur ein kleines Beispiel, das hier ist richtig krass und wir wissen jetzt nicht, wie es im Full Release sich wirklich anhört, wenn wir noch Gunshots dabei haben und sonstige Sachen, aber hört mal rein. Jetzt. Also, für mich war das Heraushören, aus welcher Richtung die Steps kommen und auch der Hall, der durch den Raum, wo der PMC durchkam, so extrem gut zu hören. Und gerade Audio in einem schnellen COD oder in einem schnellen FPS-Game wie Call of Duty ist für mich so immens wichtig und sie haben gesagt, dass sie hier extra, damit man es besser raushört, auch noch die Audio lauter gemacht hat. Also die Steps werden eben so wie in der Beta nicht so laut sein wie hier. Selbst wenn sie so laut wären, wäre es aber gar nicht schlimm, weil wir Ninja oder Totenstille haben. Und solange wir ein Perk haben, um laute Audio-Steps zu covern, bin ich absolut fein damit. Hier haben sie gesagt, ganz kleine Teile von diesem Audio-Design ist so geändert worden, dass man eben diese Audio hat, wo der Hall lauter wird, umso näher die Steps kommen. Und wenn sowas in dem Game ist, wo man multifunktional, wenn jemand im Full Sprint ohne Totenstille läuft, so hören kann, aus welcher Richtung er kommt, sorgt das dafür, dass das ganze Gameplay-Erlebnis viel, viel dynamischer für einen Spieler ist, viel, viel besser. Und es gibt Games, die haben ein sehr gutes Audiosystem. Es gibt Games wie Tarkov, die haben ein mittlerweile sehr schlechtes Audiosystem. Das Audiosystem von Call of Duty ist seit Jahren eigentlich unverändert und dieses Jahr ist es halt so, dass sie, wahrscheinlich auch weil sie mehr Entwicklungszeit hatten, da richtig Zeit, so wie es aussieht, investiert haben. Hier ist dann eine Visualisierung, wie dieser Sound verteilt wird. Hier sieht man es, hier ist der Ursprung und dann verteilt er sich über die Kanten des Raums, so wie ein Schall generell sich aufteilt. Und das Ganze ist dann eben hier von der Seite auch nochmal zu sehen. Es schlägt überall an. Das ist wie in einem Zimmer, wo ihr zum Beispiel keine Möbel habt. Da heilt es ja auch sehr, weil ihr keine Ecken habt, keine Kanten habt, wo der Schall wirklich gebrochen wird. Und wenn das hier im Full Release des Games auch tatsächlich so funktioniert, wie wir es gerade gehört haben und wie wir es sehen, bin ich der Meinung, dass wir ein sehr cooles Feature haben, was einfach mehr dafür sorgt, dass dieses Game insgesamt dynamischer, schneller, besser ist. Das hier ist ein Teil davon, wo ich persönlich großer Fan bin. Live Mixing, Prioritizing, the most important sounds. Es gibt in der Multiplayer-Runde oder Zombie-Runde oder Warzone-Runde verschiedenste Sounds, die wichtiger und unwichtiger sind. Wichtig ist der Sound von einem Spieler, der direkt vor mir ist oder direkt hinter mir ist. Unwichtiger ist der Sound von dem achten Spieler da hinten und dem zehnten hinter mir oder von einer Granate, die der fünfte Spieler 20 Meter vor mir entfernt zieht, als die Waffe, die nachlädt, die drei Meter vor mir ist. Und hier ist es so, dass sie ein dynamisches System entwickelt haben, was, und da hoffe ich, dass das funktioniert, sonst geht es nämlich drunter und drüber, was erkennt, welche Soundquelle, die ich bekommen kann, wichtiger ist und welche Soundquelle unwichtiger ist. Und abhängig davon, ob wichtiger oder nicht, höre ich den einen Sound deutlicher und den anderen weniger. Dieses Projekt- und Priority-System wird das ganze Gameplay verändern, wenn es gut funktioniert, weil wir viel, viel mehr adaptieren können. Also viel mehr auf das eingehen, was eine direkte Bedrohung ist und viel weniger auf das, was für uns gar nicht wichtig ist, was wir an Sound aber sonst aktuell mit verarbeiten müssen. Dazu gibt es einen neuen HRTF. Dieser HRTF-Mode, das ist etwas, was ihr einstellen könnt, ihr müsst es nicht nutzen, hat das Ziel, dass eine bessere Übertragung stattfindet von der Audio-In-Game in die Kopfhörer, in eure Ohren, durch euer Hirn. Und es gibt nun mal Menschen, und davon gibt es mehr als genug, die eine nicht normale Ohrform haben, die vielleicht Hörschwierigkeiten haben, weil Standard-Headsets, wie ich oder wie ihr sie habt, haben eigentlich immer die gleichen Ohrmuscheln und die sind in den seltensten Fällen angepasst auf vielleicht Ohrverformungen und was es da alles gibt. Und dieses System könnt ihr aktivieren und erkennt anhand, was für Parameter auch immer, wahrscheinlich schon voreingestellt, dass man, wie man am besten den Sound empfängt. Das heißt, jeder, der vielleicht Hörschwierigkeiten hat oder immer schon Probleme hatte generell, es muss ja nicht mal eine Verformung vom Ohr sein, sollte gucken, dass er diesen Modus in Black Ops 6 aktiviert und kann ja ein, zwei Runden damit rumtesten und gucken, ob das für ihn vielleicht besser ist dadurch. Das Ganze ist gepaart mit dem Problem, dass viele Menschen Tinnitus haben, also für die, die es nicht wissen, Tinnitus ist ein durchgängiger Sound, der zwischendurch auch mal aufhören kann, aber in der Regel durchgängig ist, der keine wirkliche Ursache hat. Das sind Sinneshärchen im Ohr, die zerstört sind und das kann aber auch ein Problem im Hirn sein, also ich bin kein Mediziniker, Mediziner, aber ein Tinnitus ist nervig und auch wirklich eine Krankheit für viele und ich selber hatte nach meinem ersten Auslandseinsatz fast eineinhalb Jahre ein Tinnitus damals und es war, also es hat meine Lebensqualität eingeschränkt. Irgendwann, das war auch ein bisschen verarbeiten, ich war ja in Afghanistan zweimal, ein bisschen verarbeiten, was ich erlebt habe, gesehen habe, ist dieser Tinnitus Gott sei Dank damals weggegangen, seitdem auch nie wieder gehabt, aber manche Leute müssen damit halt leben und hier ist die Möglichkeit eben, dass mit diesem System auch ihr die Möglichkeit bekommt, diese Features einzustellen, je nachdem, welche Probleme ihr habt oder was ihr vielleicht lösen wollt und das zieht auch auf Leute und Menschen ab, die eben Tinnitus-Schwierigkeiten haben. Was ich sehr cool finde, weil hier wird dann Wert darauf gelegt, dass wirklich alle Gamer in diesem Game einen kleinen Vorteil davon haben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn diese Audio-Settings nur für Leute mit Hörschwierigkeiten wären, wäre ich auch voll Chico damit. Also sehr, sehr cool, auch sehr, sehr geil erklärt, ich verlinke euch das, ihr könnt euch das genau angucken, euch schon mal darauf vorbereiten. Dadurch, dass ich keine Hörschwierigkeiten habe, werde ich hier nicht sehr viel an diesen Tinnitus und sonstigen Settings rumspielen, werde unter Umständen zum Full Release aber vielleicht ein kleines Erklärvideo bieten, wenn ich mit jemandem oder ein paar Leuten aus der Community gesprochen habe bei mir, die vielleicht solche Schwierigkeiten haben, wenn es denen geholfen hat. Vielleicht kann ich euch damit auch helfen, wäre ja cool. Hier erklären sie es dann nochmal, man kann den Tinnitus-Sound eben reduzieren, zum Beispiel wenn ihr Concussion, also Flash-Granaten und sowas abbekommt. Ihr könnt nämlich diesen Schock, den ihr dann bekommt, den könnt ihr mit einem Dimmer deutlich runterstellen und auch auf den verschiedensten Frequenzen und Höhen. Das ist sehr, sehr cool, das ist das allererste Mal, dass wir diese Möglichkeiten so ausgereift bekommen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es im Full Release auch so funktioniert, wie es erklärt wird, aber ich habe Hoffnung und würde es jedem gönnen, der Hörschwierigkeiten hat. Das heißt, habt ihr keine Hörschwierigkeiten, wir kriegen ein, so wie es aussieht, besseres Audiosystem, Win. Habt ihr Hörschwierigkeiten, bekommt ihr ein System, was euch ermöglicht, auf eure Bedürfnisse einzugehen, Big Win. Leute, ich finde es super geil, ich hoffe, dass wir mehr solcher Sachen bekommen, dass eben mehr Gamer, egal ob ihr eingeschränkt seid oder nicht eingeschränkt seid, ob ihr Kevin heißt oder nicht Kevin heißt, dass man einfach alle Leute da rankriegt und die sonst vielleicht solche Games nicht zocken konnten, weil ich bin der Meinung, Gaming und Zocken sollte für jeden sein. Ob schwarz, ob weiß, Asiate oder Deutscher, Mann oder Frau, schwule oder lesbisch, scheißegal. Jeder sollte zocken dürfen, es ist ein cooles Hobby, es macht Spaß, es verbindet Menschen, es gründet Freundschaften. Gaming gehört zum Leben dazu, für mich, für euch, für viele. Und deswegen, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin gespannt, was noch kommt bis zum Belies.